Ich gehe mit FIFA-Youtubern ihren Lieblingsdöner essen und dann schauen wir mal, was die so können. Und wir bewerten sie natürlich auf einem Ranking und wir gucken am Ende, wer gewinnt. Wir starten heute mit Hamed Loco. Hi, willkommen in Paderborn. Hameds Döner wird folgendermaßen zusammengestellt. Hähnchenfleisch, Knoblauchsoße und Achtung, Avocadosoße habe ich noch nie beim Dönermann gesehen. Kein Weiß- und Rotkraut, sonst alles drauf. Ich bin gespannt. Maschallah. Saftig, knaftig, köstlich, schmächtlich. Aber ich schmecke gar kein Avocado raus, ne? Du musst drauf konzentrieren. Das Brot ist auf jeden Fall auf der ganzen Tour bisher das Beste. Was gibst du deinem Döner denn eigentlich selbst von 1 bis 10? 10? Hameds Döner war wirklich sehr, sehr saftig, sehr lecker. Die Avocado-Creme verstehe ich nicht ganz, aber das Brot war einfach nur grandios. Damit kommt er auf die 1, er nähe auf die 2 und Tesis auf die 3.